Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Top 10 Video. Wie man hört, bin ich krank und wenn ich mit der Stimme ein bisschen höher gehe, ist sie direkt weg. Also werde ich jetzt einfach so knackelig vor mich hinsprechen. Let's go! Wir fangen hier wieder mit dem zehnten Platz an, so wie immer. Ich sag direkt vorneweg, auch hier war es ultra schwierig, mehr Top 10 zu machen, denn es gibt so viele, so geile Skins, die einfach jetzt nicht hier reingefunden haben, weil ich halt einfach drei Top 5 gehabt hätte oder sowas. Aber naja, ja, Platz 10, Glock 18 Wasteland Rebel in FT für 4,51 Euro. Oh Gott, meine Stimme! Das wird gleich ein Spaß, weil gleich ist noch Livestream und da kreiche ich ja gerne mal, das kann ich heute komplett vergessen und auch ein bisschen höher sprechen. Er ist eigentlich ein sehr, sehr hoher Ton bei mir, aber der ist jetzt einfach nicht vorhanden. Weiter geht's! Die Glock 18 Weasel liegt auf dem neunten Platz, 50 Cent kostet das Ding in FT und es ist halt einfach perfekt. Ganz nochmal 8, da liegt die Umbral Rabbit, ein Skin, den man extrem selten sieht. Für 2,81 Euro in FT erhältlich, sehr lecker Teilchen. Die Vogue liegt auf meinem siebten Platz, 4,55 Euro. Ja, habt ihr richtig gesehen, da kann man sich das Ding erst necken. Alles natürlich sehr gerne auf Skinbaron, das ist klar, in der Videobeschreibung ist mein Link. Und heute gibt es, ja wie so oft auch wieder ein Giveaway, aber erst ein bisschen später im Video. Und auch eine Auflösung von einem alten Giveaway halt, also dranbleiben. Ja und zum Skin, schöne Farben, geile Meile. Für 5 Euronen kann man sich die Water Elemental erst necken, einer meiner wirklich absoluten Lieblingsskins überhaupt. Und ja, und auch bei den Glocks ist er eben sehr, sehr weit vorne, ne, mit dem fünften, sechsten Platz. Sechster Platz, I'm Sarah. Weiter geht's mit der Glock 18 Nuclear Garden. Jetzt aber auf dem fünften Platz in 4,83 Euro erhältlich in FT. Außer man möchte sie ein Souvenir, dann kostet sie 18 Euro. Ja, ich, ich hab den Skin und ich spiel ihn aber trotzdem eigentlich fast nie, obwohl er so geil ist. Also ich bin ja Grün-Fan und ja, man sieht ihn auch echt selten. Ist wirklich ein geiles Ding. Auf dem vierten Platz liegt die Snack Attack für fast 4 Euro und zwar 3,74 Euro in FT. Ein sehr leckeres Skin. Jetzt folgen wie immer die ersten drei Plätze. Ihr könnt also schreiben, was ihr wohl glaubt, was auf meinen vorderen drei Plätzen liegt. Und vielleicht auch im Speziellen, was mein Platz Number 1 ist. Let's go. Für 10,55 Euro kann man sich meinen dritten Platz ergattern und zwar die Glock 18 Neo Noah. Einfach ein lecker Teilchen. Sehr, sehr schön. Immer wieder gern gesehen und auch auf den anderen Waffen, auf denen der Skin eben erhältlich ist. Geil. Platz Nummer 2, die Glock 18 Bullet Queen. NFT für 10,66 Euro. Typischer Redskin, einfach geil. Und jetzt kommt der erste Platz. Was wird da wohl drauf sein? Dafür muss ich mal eben kurz in mein Inventar gehen und... Die Glock 18 Gamma Doppler. Geil. Ja, ihr wisst ja, Grün-Fan halt. Absoluter Grün-Fan. Die anderen sind gerade unten rum halt alle viel, 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 viel geiler. Aber das macht für mich den Bock halt schon arg fett. So, und das wäre es dann sogar auch schon jetzt gewesen. Sorry für die kurze Sache jetzt hier, aber man hört es ja. Und ich habe gleich noch 6, 7 Stunden Stream vor mir. Da werde ich wohl flüstern die ganze Zeit. Wir lösen jetzt das Giveaway auf von Let's Stemal. Es geht um diese M4-1S Night Terror. Das Teil ging im Video Fix.Smoke beim Suspect raus. Und man sollte sagen, kannst du Fix.Smokes auf Maps? Also auf irgendwelchen Maps. Okay, wir nutzen dafür wieder unseren YouTube-Comment-Picker. Ich habe schon alles ready gemacht und habe die duplisierten User jetzt auch direkt raus. Vielen Dank für 43 Kommentare. Ihr seid richtige Kusslinge. Wir suchen uns den Gewinner raus. Ich hoffe doch, er schreibt über seinen Fixpunkt. Maniac, oh mein Gott, schon wieder? Maniac hat erst beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal gewonnen. Das gibt es auch gar nicht. Ich weiß nicht, wofür die Smoke ist, die das Suspect erwirft, aber ich kenne nur die zwei. Okay, optimal. Das reicht schon vollkommen aus. Maniac, du hast schon wieder gewonnen. Ist nicht zu glauben. Schreib bitte hier unter diesem Video ein weiteres Mal, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und den zweiten Punkt hast du ja bereits erfüllt. Hier steht ja schon dein Trading. Also einfach unter diesem Video wieder schreiben. Ey, ich habe schön wieder gewonnen. Geil. Und dann haue ich dir das Ding raus. Neues Giveaway. Es gibt für euch dieses StatTrak MVA4 Poly Mag. Ist nichts ultra besonderes, aber trotzdem. Eine StatTrak-Waffe. Und da steht Ace drauf. Also komm schon. Ihr könnt das Ding wie folgt gewinnen. Ihr schreibt hier einfach euren Lieblingsglockskin in die Kommentare. Falls man einen hat, wenn man keinen hat, dann schreibt man einfach, ich habe keinen. Aber es muss eben um den eigenen Lieblingsglockskin gehen. Sodele. Vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann gleich im Livestream. Oder generell den Streams jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Oder halt im nächsten Video. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Vielen Dank für's Schauen. Kuss geht raus. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe. What?